. Ja, liebe Damen und Herren! Eine super Nummer ist, dass Sie mit den Elefanten muss ich also sagen. Fantastisch gut! Aber meine Damen und Herren, Sie haben es heftig. Ist das eine absolute Katastrophe? Ja, ich habe es in Frankfurt auch schon mehrmals gesagt, dass Sie mit dem Ostern haben. Ich meine, bitte sehr. Wenn so eine Viererhalbbühne hier im Zähler mal alleine ist, Sie möchten das vorstehen. Wenn jetzt der Elefant z.B. hier, dann gehen Sie wirklich an. Da wäre so eine schnelle Sinne. Gut, aber ich sage es nicht. Meine Damen und Herren, ich habe aber eine Alternative gesucht. Natürlich habe ich eine gefunden. Panesebein für Opa! Opa, raus! Opa, raus! Und was macht der Opa? Opa, raus! Opa, raus! Opa, raus! Opa, raus! Ja, fantastisch gut! Klar, da hat das Bierchen etwas verdient. Setup, das Popcorn, und jetzt. Ja, das kann nicht. Ja, meine Damen und Herren, das Bierchen hat praktisch alles, was ein Elefant auch kann. Ich brauche mal zum Zählen gehen, weil ich den Verräder in die Arm nicht. Ich möchte jetzt hier mal ja Opa! Sitz! Und mein Hau! Und mein Hau! Ja, fantastisch gut! Jetzt hat sich heute auch Frau Banz nicht liegen kann, Elefant, Opa, staunt der Schwarz! Ja, das ist der Beste! Sie seht! Mit den Gaben und Heidegger! Sie seht also, dass ihr die Jungs und ihr Ilan Frey, wir sind auch schon da ein paar Dickelfilter in den Streuen, dann schnickt immer so die Furze, also die Schwarz! Äh, äh, äh! Das habe ich nicht vergessen! So! So! Opa! Er losst ja auch auf Englisch und auf Deutsch, je nachdem, der von Bisschen geht. Und was auch noch hochinteressant ist, der Name Opa ist Indisch, und dann hast du auf Deutsch Oma! Nein! Für das kommt jetzt sicher nicht mehr! Sie ist am Englisch ein bisschen in der Ausführung. Du hast eine ganz klare Befehle, ganz klare Sprache, die sagt, nein! Ich sage, ja, Piss! So, dann sage ich persönlich! Ja, gut, was hattest du da? Sie schaut das Bierli! Hei, Opa! Ja, hä? Bist du ein Spirki? Nein! Ein Bagger! Ja, bist du ein Bagger? Ja, bist du ein Bagger? Ja, bist du ein Bagger? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, das hätte gern gehen können! Ja, das hätte gern müssen, Du bist in der Wettbewerb? Ja! Und weil ich damit herr'n zieh' ich also auf ganzer Linie... Jetzt müssen Sie ihn gut jetzt geben, schmusen! Komm, um, mach! Mach Pacchi, guck! Pacchi! Ja, mach Pacchi! Ja, es braucht also gut! Komm, ich zeig' jetzt noch mal eines! Ich hab's mir gesehen! Nein, es ist nicht! Für die Ehre, du kommst jetzt nicht wieder! Ich geh' jetzt so! Schell mal Pacchi machen! Ja, ja, Pacchi! Nein, nicht nur da! Auf geht's noch mal das Lass, der. Nein, ich weiß nicht mehr, du kommst! Hoppa, 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 hoppa! Komm, ich bin, wir mal auf! Komm, ein, wir mal auf und dann rein! Komm, wir mal auf! Komm, wir mal auf, dann sind wir mal auf! Komm, wir mal auf! Komm, wir mal auf! Komm, wir mal auf! Hallo, ich bin heute nur noch mit dem Opa. Und ich habe Hunger. Jetzt schaue ich dir das Roller einfach an. Los, warte, tante, ist wie Ufa. Ich komme wieder an Russenstreifen. Warte ich auch nicht an. Ich komme wieder mit, das ist der Kotz, Alter. Hätte ich Angst? Ja. Bestand du warten. Spenst du warten. Oh, das ist mir gedacht, ich weiß nicht. Du hast das ja, die steht dir dabei. Du kannst noch ein Wart together. Und das ist mir gedacht. Du wirst sie imaginig. Beim ersten Mal natur. Kons abstrop strips. Stimme. Dann sind wir wieder Jadi. Ettermann verheizt! Ja, sagt das Sieg! Applaus